Da liegen sie, die zwei kleinen Drecksäue. Lohnt sich aber auch nicht, die sauber zu machen. So sieht das Ganze von oben aus, ähnlich wie die Löwensinkel, noch ein bisschen um eine Kurve. Lässt sich aber trotzdem super fahren. Fettes Slopestyle. Neuer Tag, neues Glück. Neuer Tag, neues Glück. Neuer Tag, neues Glück. Und das muss auch eine Gravel-Tour gewesen sein. Und deswegen sind wir heute doch etwas geschützter angezogen, um dort wieder Blödsinn zu machen. Weil es gestern auch so eine Gravel-Tour war. Und die Gravel-Tour wurde dann mal ganz schnell wieder eine Expeditionstour. So ist das, wenn Melanie und Angie unterwegs sind. Wir nehmen euch mit auf unsere Reise. Wir wünschen viel Spaß. Wie sind wir denn? Voll in der Balafari. Ja, mittendrin sind wir. Ja, vielleicht würde der hier weitergehen. Ne, doch nicht. Der ist jetzt hier im Nichts. Da ist ein Trail. Da ist ein Trail. An dem hier sind wir näher dran. Dann haben wir mal doch unten rumgefahren. Hier, dann fahren wir wieder zurück. Ja, dann fahren wir wieder zurück. Runter geht ja besser. Jau. Komm schon. Macht Spaß. So, ich kann doch da runter. Guck mal, guck mal da, guck mal da. Ja, hier geht aber. Das kann ich. Nicht fahren, aber laufen. Nein, 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 nein. Es geht schon ums Fahren. Ach, Quatsch. Deswegen sei. Hier, guck mal der Weg. Guck mal hier. Wenn wir hier fahren. Ich will doch nicht da runterfliegen. Dann mache ich das fahren. Aber zum Fahren ist das nicht. Oh, wieder überall Baumstämme. Ich bin doch nicht hier beim Klettern. Das haben sie ja richtig geschickt gemacht. Mal schauen, ob wir hier jetzt unbeschadet durchkommen. Ohne weitere Baumstämme. Und ohne Unglücke. Hui. Das ist schräg hier. Schräg und nass. Ja. Du bist doch durchgekommen. Zack. Und wieder Höhenmeter. Ja. Ja. Nicht abstürzen hier. Nee, guck da bloß nicht hin. So, was haben wir hier unten? Nichts Besonderes. Okay. Oh, ich hasse nasses Laub. Äh. Laufen lassen. Lass laufen. Den habe ich zu spät gesehen. Ich wollte da rein droppen, aber der war dann für plötzlich rein droppen doch zu hoch. Wenn jetzt das Wasser da nicht wär, dann wär ich gesprungen. Aber so? Oh, hier kann man schön runter. Hier auch. Kannst du fahren? Ja, da kannst du runter. auch weg. Ja, da ist kein Erexion. Welche Mitte. Na, da wo dieser senkrechte Stoff drinsteckt. Das sehe ich ja von oben nicht. Ja. Da macht ihr vorher ein Zeichen dahin. Da bin ich doch gerade da rübergeräten. Da ist das natürlich auch doof angefahren. Aber genau da war schön. Da unten kannst du auch langfahren. Türen am Wasser. Wenn du wegrutscht, bist du weg. Kannst du schwimmen? Natürlich kann ich schwimmen. Ja, das war's. Kleiner Spielplatz. Wäre jetzt schön gewesen, wenn du mir auf der Brücke begegnet wärst. Keine besonders schöne Brücke, aber ganz nett. Donau-Partei-Treppen. Schau mal, bei der Ness ist das... Ja doch, die sind ein bisschen komisch gebaut. Schön ist was anderes. Schön ist was anderes. Aber es geht. Klingelingeling. Danke. Danke. Andi! 7... 8... Wird weiter? 11. 14. 15. 16. 20. 15. 16. 20. 15. 15. 20. 20. 16. 20. Mauer drauf bleiben, ne? Okay, ich könnte es auch nicht besser. Los, Vollgas da vorne. Vor allen Dingen jetzt kommt ja der Hund. Das müsst ihr euch angucken. Angie bereitet den Platz vor. Jetzt hat sie es gemerkt. Angie will die Kamera positionieren. Ich trau dir alles zu. Sieh doch mal vor ner Bremse, ey. Lass laufen. Ah, schöner Sprung. Mensch, musst du auch sagen. Ja, wir fahren ja rechts und die laufen ja links. Ich glaub nicht. Und was ist das denn da? Wie ist das denn? Ich hab die Rettung. Ja, wir sind jetzt. Ich hab die Rettung. Ich habe auch mal hier, die Gerät. Ich habe die Rettung. Ich habe die Rettung. Ich habe die Rettung. Denen zu einem LNG. Sieht nur drin. Ich kann nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Ich habe können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Nee, das kommt gar nicht richtig rüber. Also dich jetzt da als Person. ZDF für funk, 2017 Gecheckt, gefahren, abgehakt. Wird man natürlich wieder nicht sehen, ob es jetzt steil ist oder nicht. Aber egal. Vielen Dank, bist du schon. Juhu! Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich senken mag? Juhu! Habe ich euch schon mal gesagt? Untertitelung des ZDF, 2020